Ja, ich schwenke wieder kurz. Hat man das auf dem Film bei dem anderen eben gesehen, dass das so langsam erst die Fäden... Ja, ich glaub schon. Ich muss das gleich mal gucken. Aber müsste ja eigentlich. Weil das ist ja eigentlich witzig. Vor allem, wie wirklich erst so Fäden entstanden sind und dann... Dann waren wir nämlich schon mit Versuchen zu einfach denken. Ach ja. Und dann dritte ist eigentlich auch ganz schön kurz eigentlich. Und dann der vierte der... naja, mal schauen. Deswegen... Es ist doch irgendwie ganz gut, wenn wir hiermit schon angefangen haben und du da irgendwie machst, oder? Ja. Aber ich find's scheiße. Was findest du scheiße? Dass ich das... Muss Trübe machen. Geht durch Trübe. Was? Wir fragen gleich nochmal, okay? Wie lange ist denn... Wie viel Zeit ist denn schon? Anderthalb Minuten. Oh. Ah, es kommen Fäden, es kommen Fäden. Ja. Nee, oder? Bin ich blöd. Ich seh nix. Nee. Und dann... Sorgt die Zirazinablösung in andere Bars. Weil da entsteht... Wenn es in Sorten gibt, dann wird immer HCN entsteht und zwar... Also, okay. Und... Stopp!